Bravissimo, die Pasta-Foodtruck-Challenge. Im Westschweizer Duell schenkten sich Melanie Fremont und Natascha Gazdowski nichts. Fussballstar Jan Sommer kennt die besten Pasta-Tipps. Coach, Hilfe! Doch wer überzeugt am Ende Coach und Publikum? Mange, mange, mange! Geduld, meine Freunde! Von Geduld wird man nicht satt. Bravissimo, jeden Freitag in Sardau-Schweiz. Bravissimo wird präsentiert von Barilla. Bravo für dich!